Kapitel 15 Andenken Kapitel 15 Andenken Kapitel 15 Andenken Kapitel 15 Andenken Junge, was machst du da? Kapitel 15 Andenken Kapitel 15 Andenken Kapitel 15 Andenken Kann ich jetzt so mal? Das ist ja klasse. Was steht denn hier unter Werkzeuge? Amika passt ihre Werkzeuge an, damit sie unterwegs einfach zu handhaben sind. Dadurch verkürzt sich die Zeit, die sie zur Vorbereitung der Munition benötigt. Das ist natürlich auch nicht schlecht. Ja, das brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Hoffe ich zumindest. Ja, leiser wäre natürlich nicht schlecht. Dafür haben wir noch gar keine Vorräte. Für die Tasche haben wir auch nicht wirklich viel. Ah, für den Beutel bräuchten wir zwölf von diesen Leder, was wir natürlich nicht haben. Für die Bänder bräuchten wir allerdings noch zwei davon. Das wäre natürlich geil. Verringert die Luft rein? Ja, gut. Schießt jetzt lautlos. Okay. Das wäre natürlich besser, aber wir haben kein Leder. Das ist das große Problem. Was sind wir denn hier? Oh, was machst du denn hier? Ugo hätte dich finden sollen. Steinbrech. Den Steinbrech findet man häufig in kalten Gebirgslandschaften, wo er in felslichen Schutz vor dem Frost sucht. Er steht für Unausweichlichkeit und Verzweiflung. Sein Name geht auf den Oberstand zurück, das man früher annahm. Er könnte bei der Auflösung von Nierensteinen helfen. Okay. Hätte ich jetzt hier alles genommen? Scheint so. Da ist noch was. Nee, stimmt gar nicht. Ich erinnere mich an jeden Ort. An jeden Moment. Die Suppe. Wer war nochmal dran? Melli? Nein, dafür riecht sie zu wenig nach Pfeffer. Ah, zweimal Serpeter. Moment. Wie ging das? Aufwerten. Achso, das waren die Bänder. Schießt jetzt lautlos. Eigentlich wollte ich ja das sagen, aber dafür habe ich einfach nicht genug, was ich jetzt machen kann. Ja gut, dann würde ich sagen, nehme ich das mit lautlos schießen. Er weiß, wofür wir das noch gebrauchen können. Das sollte mir die Sache erleichtern. So. So, Leute. So viele Äpfel hatten wir noch nie. Ugo hätte sich damit vollgestopft, bis er platzt. Halt, stopp. Da war noch was. So, war da nicht am Anfang jetzt eben was, was ich nicht nehmen konnte, weil ich zu viel hatte? Oder ist das wieder nur der Wunsch des Gedanken gewesen? Da ist noch was. Okay. Die Tür kriegen wir, glaube ich, nicht auf. Ohne, hier draußen war auch nichts. Was ist das denn? Das ist ein Spielzeug, aber das kann man nicht nehmen. Schade. Wirklich schade. Okay. Ne, da wollte ich jetzt eigentlich nicht gegenlaufen. da sind wir drin gewesen. Da geht es, glaube ich, hoch, oder? Genau. Ach so, da geht es nur hier. Aber da ist trotzdem noch was. Haha. Sehr gut. Und ich will hier bleiben. Störe ich? Ähm, nein. Arthur meinte nur, dass er weg möchte. Schon wieder. Komm schon. Ich will nur, dass wir überleben. Wie bisher auch. Hör zu. Es wird bald dunkel und wir müssen die Feuer anzünden. Kannst du mir helfen, Arthur? Na los. Und geh ihr nicht zu sehr auf die Nerven. Warum sollte ich das tun? Weil du Nervtöten bist. Deswegen. Oh, Lukas braucht Hilfe mit seiner Truhe. Ja, sicher. Er will mich einfach nur sehen. Pff. Aha. Wann immer du willst, Amicia. Okay. Haben wir hier noch was zum Einsammeln? Nee. Da aber. Moment, da war doch noch was. So, sehr gut. Auf dem Weg hierhin haben wir ja eigentlich auch noch einiges gehabt, aber ich glaube, das können wir jetzt nicht mehr nehmen. Ey, ich glaube, der braucht aber irgendwie mehr Hilfe als ich. Ja, komm, weg und los. Bringen wir die Feuerbecken in Position. Fangen wir mit... Dem hier an. Ja, genau. Wir machen das schon seit Wochen, Amicia. Tut mir leid. Ich schlafe einfach besser, wenn ich weiß, dass der Graben nachts gesichert ist. Also, wie geht's? Ich fühle mich alt. Hast dich gut gehalten für eine alte Frau. Danke. Hör mal, ich kenne deinen Bruder nicht gut, aber... Er würde dich mögen. Meinst du? Du hast uns gerettet. Du wurdest gefangen genommen und bist entkommen. Du bist wie ein Held aus einer Geschichte. Ein Held? Aber er wäre traurig, wenn du gehen würdest. Oh. Nein, 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 nicht zurück. Ich wollte doch nur nach rechts gucken. Entschuldigung. Das sollte passen. So, dann würde ich sagen, werfe ich da noch das Feuer rauf, ne? Oh. Du magst das, Ignifer, oder? Oder auch nicht. Ich habe eine Schwäche für Feuer. Tja, wenn du das sagst. So, da haben wir noch was. Dann habe ich hier auch noch was leuchten sehen. Perfekt. Dann stecken wir uns mal alles ganz schnell ein. So, wie reicht's? Ähm, alles in Ordnung, Rodrik? Ja, alles gut. Ich kriege das schon noch hin. Hey, beruhige dich. Wenn du alles kaputt machst... Geht doch. Jetzt bleiben die Feuerbecken an ihrem Platz. Die Rodrik-Methode. Willkürlich, aber effektiv. Ey. Schon dabei. Soll ich jetzt hochkommen? Okay. Ich komme. Wie hieß du jetzt nochmal? Rodrik? Okay. Ja, kein Thema. Äh, Moment. Muss ich mit dir jetzt nochmal reden? Nee. Hey, geht es dir gut? Äh, ja, warum? Das war ziemlich heftig. Die Fußtritte. Mein Vater war auch so. Ich führe nur die Tradition weiter jetzt, da er... Egal. Wie steht's mit dir? Oh, mir geht's gut. Mir fehlt der Knirps auch. Hey, weißt du was? Wir könnten den Suchradius erweitern. Rodrik, das ist sinnlos. Es ist schon einen Monat her. Bereiten wir einfach den Graben für die Nacht vor. Na gut. Arthur will dich ganz für sich allein haben, stimmt's? Ach, sei still. Liebste Amesia, erlaub diesem verlorenen Briganten euer Herz zu stehlen. Nimm ein Bart. Aber ich will doch den Schmied. Welch lieblicher Minnesänger ihr doch seid. Dann mal los. Das Feuerbecken muss ganz am Rand stehen. Aus diesem Graben kommt keine Ratte mehr raus. Die System gibt es aus gutem Grund. Ausgebildete Soldaten wird es nicht aufhalten. Arthur, Melly ist es leid, auf der Flucht zu sein. Melly und ich sind keine Menschen wie ihr. Aber vielleicht ist Melly nicht wie du. Ich verstehe schon. Du kümmerst dich um das Feuerbecken auf dem Wall. Ich zünde die hier an. So, das habe ich schon mal gemacht. Was wolltest du anzünden? Du hast ja jetzt hier überhaupt noch gar nichts gemacht, Junge. Was ist denn nun? Ich dachte, du wolltest da was machen. So geht das nicht. Da muss ich die wohl doch anzünden, ja. Junge, Junge, Junge. Der kriegt überhaupt gar nichts alleine hin. Geht das noch? Nee, das geht nicht. Das geht nicht. Jetzt kommst du hier hin. Jetzt brauchst du auch nichts mehr machen, Junge. So, ich habe aber was gesehen. Das habe ich nicht gesehen, aber das nehmen wir direkt mal mit. So, hier unten, genau. Da blinken so ein paar Sachen. Da nehmen wir natürlich alles mit, was wir können. So. Hier ist, glaube ich, auch noch was, ja. Okay. Okay, ich denke, das war alles. Kuckuck. Und nun? Ach, Moment. Der hat gesagt, ich soll auf... Ach, mit dem Weil meint der bestimmt die hier hinten, oder? Moment mal. Da haben wir auch welche noch nicht gemacht, oder? Moment, den haben wir. Das haben wir auch. Das haben wir auch. Doch, die sind doch alle angezündet, oder? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht, aber wir gehen mal hier hoch und gucken mal von oben. so, Moment, von hier sind wir doch eben gekommen, oder? Genau, das haben wir doch darüber geschoben. Das heißt, das ist doch normalerweise erledigt. So sehe ich jetzt hier auch nichts mehr. Was man noch hätte machen können. Hallo, du darfst gerne gehen. Äh, okay. Hier ist eine unsichtbare Mauer, hier kann ich nicht mehr zurückgehen. Okay, was das jetzt soll, weiß ich nicht, aber meinetwegen. Ähm. Aber die anderen habe ich doch jetzt auch alle angezündet. Das Einzige, was sein kann, ist, dass ich die jetzt noch in eine andere Richtung stellen muss. Das kann ich gerne machen. So, ich habe keine Ahnung, von wo die Ratten überhaupt kommen. Hier ist auch noch was Schönes zum Nehmen. Siehst du, sag dir einfach, dass wir hier etwas haben und dass wir Leute wie dich brauchen, um es zu verteidigen. Ich denke drüber nach. Hä? Also, ich kann die beiden hören, aber ich kann mit denen anscheinend noch nicht interagieren. Dafür sammle ich jetzt nochmal ein paar Sachen hier auf. Ähm. Oh ja, die sind alle weg. Okay. So, ich sehe jetzt hier aber nichts mehr, was ich... anzünden könnte. Ich denke mal, die stehen auch richtig. Ich glaube, ich sollte hier gleich mal so einen kleinen Cut machen, bevor ich jetzt hier eine Stunde lang nur rumeiere und nichts passiert. Also, das ist auf jeden Fall wichtig, weil man muss hoch und runter kommen, nehme ich mal an. Dass das damit irgendwie zu tun hat, so wie die stehen. Aber wieso steht der Vollpfosten jetzt da oben und kommt nicht mal mit? Ach, da hinten stehen die beiden. Ähm, ah, okay. Ey, Leute, muss ich mit euch eventuell reden? Aber zu euch komme ich gar nicht mal hoch, ne? Hier ist noch ein Leiter. Da komme ich... Da darf ich gar nicht hoch. Na, super. Okay, ähm... Joa, ich laufe noch mal so ein bisschen hier durch die Gegend rum. Ich glaube, der war doch hier oben, oder? Nee. Da oben war er. War da nicht direkt eine Leiter dran bei ihm? Meine ich doch. Junge, was willst du jetzt von mir? Müssen wir das irgendwie nochmal drehen? Ah, nee, ich darf das gar nicht drehen, ne? Mit dir reden kann ich auch nicht. Kann ich dir eine klatschen oder so vielleicht? Auch nicht. Schade. Das habe ich doch eben gemacht hier, ne? Das kann ich auf jeden Fall auch nicht mehr machen. Kann ich das noch machen? Nein, es ist zwar am blinken, aber das kann ich auch nicht machen. Okay. Ah, jetzt machst du mich aber fertig, ehrlich. Das steht am Ende, das sollte rein theoretisch richtig sein. Das ist an der Leiter, das sollte auch richtig sein. Die beiden sollten normalerweise auch richtig sein, das ist auch an der Leiter. ähm, das ist nicht an der Leiter, aber das kann man glaube ich nicht woanders hinschieben, oder? Kann man dich woanders hinschieben? Eigentlich müsste das ja möglich sein, oder? ja, doch, das kann man, aber ich durfte jetzt hier nicht hoch, oder wie war das? Die ist ja auch irgendwie kaputt, okay. Ähm, hm, soll ich denn dann da hochkommen? Dann muss ich da irgendwie von hinten rum. Das war aber auch nicht hier, wo ich auf die Mauer steigen konnte, ne? Nee. Hm. Ja, ist ja schön, dass jetzt keine Ratten kommen, aber das bringt mich jetzt hier auch nicht weiter. Ich probiere jetzt hier nochmal hoch zu gehen. Das hier habe ich nämlich gemacht. Moment, zu denen komme ich drauf. Ach jetzt, das ist wieder diese blöde Stelle, wo ich mich nicht bewegen kann. Das ist doch nicht normal, ehrlich. Ich kann noch nicht mal mehr durch die Tür gehen. Okay, also ich würde sagen, ich laufe hier mal ein klein wenig durch die Gegend und, äh, ja, wir sehen uns dann gleich wieder. Ich muss das jetzt aber nicht, ähm, da hinten, ich habe das doch jetzt in die Richtung erst geschoben, als wir vorhin rauskamen, Das war doch das allererste. Aber, ich soll, stand jetzt vorhin ja oben rechts, ich soll, äh, den Wall erreichen und da irgendwas mit einem Feuerbecken machen. So, die Frage ist nur, welchen Wall? Hier komme ich ja nicht hoch, oder? Konnte ich jetzt hier hoch? Doch, hier konnte ich hoch. Aber ich habe den doch nach hier geschoben, oder nicht? Wir können das mal ausprobieren. gut, ich bin fertig. Nee, oder? Stimmt was nicht? unmöglich. oh wow äh scheiße das sind viel zu viele nichts kommt rein das ist noch nie passiert scheiße scheiße ich habe noch nie so viele gesehen die leiter im roten bereich wenn wir sie erreichen kommen wir zum turm benutzt ein feuerbecken ich bahne dir auf meiner seite einen Weg äh mein feuerbecken ja okay aber das machen die auch direkt wieder Platz nicht das feuerbecken ist an seinem Platz komm rüber was tun sie da sie formieren sich neu sie wollen die feuer löschen oh 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 ich schaffe das das ist nicht das erste mal ja ja kein thema wir schaffen das schon äh nein wir nehmen nur ganz schnell das Zeug mit nein nein schnell nein du sollst nach links blöd Frau mach schon so da ich weiß aber gar nicht wo ich hin muss hallo wo muss ich hin was muss ich tun heilige Scheiße hast du nicht gesagt dieser Ort wäre sicher das war er auch nicht gut gar nicht gut nee finde ich jetzt auch freundlich sonst sterbe ich hier ja wenn ich nur wüsste wo hier ist ein entzündetes Feuerbecken geh in Deckung wo wo ist es sag's mir ja wohin hier oder was sag doch was ich stehe hier am brennenden Feuerbecken soll ich hier hin du bringst mich okay oh da ist noch was Leute sagt mir doch wo ich draufziehen muss ja was was achso da ist äh okay los 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 nein der nimmt das nicht an blöd Männer und jetzt wo soll ich hin zum Ball oder was ich geh schon mal tschüss nein wie wie willst du den hinbringen achso Moment oder wie kommst du voran gut lieber hier oben als da unten was geht hier vor Amicia sie haben schon mal versucht da reinzukommen aber nicht so wie kann das sein woher soll ich das wissen aber es ist fast als würden sie angreifen na hör mal das sind Ratten keine Engländer danke aber sie wissen was sie tun das habe ich erst einmal gesehen zu Hause auf dem Land ich glaube ich brauche deine Hilfe scheiße wir hätten doch abhauen sollen und nun oder wird es jetzt hinten hin toll habe ich dich jetzt zur falschen Seite hingeführt geil okay also dann gehen wir nochmal andersrum okay oh 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 okay das schaffen wir schon kein Thema nein nein ich kann ich kann nicht zielen beziehungsweise ich kann ja nicht rumlaufen das ist nicht gut nein ich glaube nicht was passiert hier warum jetzt nein oh oh ist nicht euer Ernst nur weil die blöde Kuh nicht da drum herum läuft endlich wissen wissen was wir tun das habe ich erst einmal gesehen zu Hause auf dem Land ich glaube ich brauche deine Hilfe überlass das mir das gefällt mir nicht ich kann nicht schneller ich bleib jetzt auf der Seite stehen vielleicht geht das dann besser ich glaube nicht was passiert hier warum jetzt ach leck mich doch ich kann hier überhaupt nichts machen lauf einfach lauf die Treppe hoch wir haben es fast geschafft los danke du verdienst deinen Ort das ist in Ordnung komm gehen wir rein zu den anderen ich hoffe ihnen geht es gut wenn die Ratten reingekommen sind Amicia sie sind keine Kinder mehr sie können damit umgehen ich will kein Risiko mehr eingehen ich werde nicht noch jemanden verlieren ehrlich gesagt wäre ich jetzt liebend gern so weit wie möglich weg von hier ich bin leider kein Zauberer geht es euch gut nein was zum Teufel ist los Arthur wurdest du gebissen nein wir müssen hier weg aber die Burg kann sie abwehren Lukas es waren noch nie so viele das ist kein gewöhnlicher Angriff was zur Hölle ist das hier lang schnell du auch Mädel lauf oh verstehe Geh tu was getan werden muss Ugo los ich würde du auch hier hier Untertitelung des ZDF, 2020